Willkommen! Ich zeige Ihnen heute ein Megasofa Valiosa von Ewald Schillig, welches ein Kunde bestellt, aber nicht abgenommen hat. Nun, wie kommt es dazu? Ein Kunde bestellt im Möbelhaus, danach läuft ihm die Frau weg, danach hat er einen Autounfall, danach verliert er seinen Job oder was auch immer. Er storniert und das Möbelhaus nimmt den Storner an. Storniert beim Hersteller, aber dort ist das Stück schon in Produktion. So kommt es zustande. Ausgeliefert wird es nicht mehr, der Hersteller hat es irgendwann rumstehen, weil wenn der Stoff mit Schablone zugeschnitten ist, ist es vorbei. Valiosa ist ein Megasofa, circa 3 Meter zu 97 genau, mit ganz softer Sitzmatte und mit drei losen Rückenkissen, wobei zwei davon eine extra separate Rolle haben. Damit haben Sie natürlich eine tolle Unterstützung und sitzen richtig bequem in dem Sofa nicht drauf, sondern drin. Wenn Sie es also eher leger mögen, wenn Sie ein Sofa mögen, wo man auch einfach mal drauf lachen kann, wenn man es einfach auch benutzt zum Leben, zum Launchen, zum Lümmeln, zum Allesmachen, dann ist dieses Sofa für Sie eine echte Alternative. Der Stoff ist zwar hell, ist aber meliert, das heißt hat einen hell-dunkleffekt und Licht und Farbe. Somit können Sie mit Teppichschaum ran, kein Problem. Valiosa schnappen Sie zu. Dankeschön und Tschüss.